Ich brauche das Wissen-Influo-Erb mittlerweile seit 4 Monaten. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin durch einen Kollegen aufmerksam gemacht auf das Gerät. Das hat mich sehr interessiert. Ich bin in der Alternativmedizin natürlich offen. Es ist eine vegane und gesunde Art. Sie können auch wieder fit machen. Ich beginne nochmal diese Meridian-Wägen. Wir müssen alles abgehen. Wieder Energie reinzubringen in deinen Körper. Innen und aussen, ganz wichtig. Und auf die Meridian-Endpunkte. Wichtig bei der ersten und der Anfang der Kinderbehandlung. Dass man eben die Meridian-Wäge gleichmäßig abfährt. In der Einstellung, die man vorher testet. Klar für Sportler, sehr wichtig. Dass man den ganzen Körper behandelt. Nicht nur Problemzonen oder Schmerzstellen bzw. Verletzungen. nicht nur Problemzonen, sondern eben vorab einmal komplett Aufladung macht. So nennen wir das. Der nächste Schritt ist praktisch die Aktivierung der Muskeln, der Muskelfasern. Durch Blutungsförderung. Nach Zellstoffanregung. So. Und als nächstes werde ich dir noch über die Fußreflexzonen diese Energie nach innen verschaffen. Dass deine Organe, wenn du irgendein Organ spürst, Niere, Leber, irgendwas dann sagst du. Ja, ich weiß, deswegen sage ich dir bitte auch immer gleich sagen, wenn du was spürst. Wir machen ja nichts anderes über die Meridianen, auf die Organe zu gehen. Ich bin immer noch besser und effizienter als die richtige Organe zu planen. Man kann das auch alle hier hinbringen, die so kalten Lösungen. Ich würde sagen, die ersten zwei, drei Male war es ein bisschen komisch. Es war ein wenig bei dem Ganzen. Aber was mir am allerbesten gefällt, ist, dass ich meinen Körper aufbauen kann. Vor allem die Formulärinne, den Tag vorher. Und das ist wieder widerste spürbar. Und darum werde ich es auch weiterhin machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Sie, vielen Dank. Vielen Dank.